Wer sollte einen Lombarkredit aufnehmen und wer sollte besser die Finger davon lassen? Und wieso sollte er die Finger davon lassen? Eine sehr, sehr gute Frage. Wirklich, ausserordentlich gute Frage. Vielen Dank, vielen Dank. Es kommt immer auf die Opportunitätsinvestments an bei einem Lombarkredit. Nämlich, ich nehme einen Lombarkredit auf, zum Beispiel nehmen wir Novartis-Aktien. Ich habe die Novartis-Aktien, kriege da 70-80% LTV auf meinem Value und Portfolio meiner Novartis-Aktien. Ich belehne diese, zahle 0,5-0,7% jährliche Zinsen, solange ich den Lombarkredit aufnehme. Die Frage ist, kaufe ich dafür mehr Wertschriften? Welche Wertschriften? Kaufe ich dafür Immobilien? Oder kaufe ich nur meiner Frau Schmuck? Aber da kaufst du ein mit Geld, das nicht ihr gehört? Wohlverstanden. Also du kaufst mit fremdem Geld ein? Wohlverstanden. Wenn sie das machen, kaufen sie mit Geld ein, das nicht ihnen gehört. Das bedeutet Leverage, das bedeutet Hebeln. Sie fangen an zu hebeln und hebeln ist sehr riskant. Wir haben ja gesehen, Anfang des Jahres, die Private Bank und die Chefs von Banken in der Schweiz, die sehr aggressiv zum Teil nach ihren Bonistreben und möglichst viel Geschäft abschliessen müssen, haben in den letzten Jahren natürlich den Lombarkredit gepusht. Kannst du ein Beispiel geben? Zum Beispiel einer hat ein Portfolio von 10 Millionen, dann nimmt er einen Lombarkredit auf, zum Beispiel von 5 Millionen und dann hat der Verein noch 15 Millionen. Aber die 5 Millionen gehören nicht ihm. Aber die Bank hat den riesen Vorteil, die Bank hat nämlich die Assets under Management erhöht. Anstatt nur 10 Millionen zu managen, managt die Bank jetzt 15 Millionen. Und die Erhöhung der Assets under Management, das ist bonusrelevant. Das geht in die Tasche des Private Bankers. Also passen Sie auf, der Private Banker befindet sich sehr oft in einem Interessenskonflikt. Er weiss nicht, soll er Ihre Interessen waren oder sollen die Interessen der Bank waren oder soll er vor allem seine Interessen waren. Und ich sage Ihnen, vielfach wird der Banker seine eigenen Interessen waren. Er ist nämlich interessiert, den Bonus zu erhöhen. Der Bonus wird bemessen anhand der Assets under Management. Also wenn er mit einem Kunden, der sowieso nur 10 Millionen hat, wenn er aus diesem Kunden einen Kunden mit 15 Millionen herbeizaubern kann, dann macht er das. Aber was bedeutet das für den Kunden? Für den Kunden bedeutet das, wenn die Börse beispielsweise taucht? Zusätzliche Risiken. Der Kunde muss sich gut überlegen, für was nehme ich diesen Lombardkredit auf und was mache ich damit? Und wie sind meine Opportunitätskosten und wo ist mein Opportunitätsnutzen, so eines Lombardkredit? Wo ist auch das Risiko, vor allem wenn die Börse sinkt, oder? Ja, das Risiko, weil die Credit Suisse hat Anfang Jahr ein Rundschreiben veröffentlicht, ich glaube das ist auch public, das war mehr in einer Zeitung, wo explizit darüber gewarnt wurde, dass in einem Fall von einem Börsencrash oder Turbulenzen an den Aktienmärkten, Entschuldigen Sie, grosse Risiken bestehen bei gewissen Kunden, weil sie eben diesen Lombardkredit, wenn der aufgenommen wurde im letzten Oktober, als die Börse bei, sagen wir ja, hypothetisch 10'000 war und sie Kredite bei einem Level von 10'000 aufgenommen haben und die Börse 50% an Wert verlieren würde, würde es sogenannte Margin Calls geben, wie wir kennen von den Futures. Was ist ein Margin Call? Was ist ein Margin Call? Sehr wichtiger Begriff. Zusätzliche Sicherheiten gebracht werden, in Form von Cash oder in Form von Aktienobligationen, zusätzliche Wertschöpfung. Also der Kunde bekommt dann einen Anruf, oder? Und der Banker sagt ihm, bitte, du hast 24 Stunden Zeit, mehr Assets zu bringen. Du musst das Collateral erhöhen, damit wir mehr Sicherheit haben. Wenn er das nicht machen kann, wird im ungünstigsten Moment versilbert, nämlich dann wird augenblicklich versilbert und da werden Riesenverluste gemacht. Riesenverluste. Margin Calls. Das ist ein klassisches Beispiel, ich weiss nicht, ob das, das ist kein sehr bekanntes Beispiel, aber ein illustratives, ein Kunde einer Schweizer Grossbank, Chinese, der hat in New York sein Portfolio verpfändet, weil er eine chinesische Firma kaufen wollte, als Aktien einer chinesischen Firma. Er wollte seine Position massiv erhöhen und er hat den Lombardkredit an einem Dienstag oder Mittwoch aufgenommen und am nächsten Tag sind die Kurse an den chinesischen Aktienmärkten dramatisch gesunken. Und vor allem auch dieser Titel, den er gekauft hat, der hat innerhalb von 24 Stunden 50% an Wert eingebüßt, sein Portfolio war nichts mehr wert. Das wurde sofort versilbert, die Bank kennt kein Pardon, glauben Sie mir, darum machen Sie das nicht, wenn sie nicht ganz bestimmte Gründe hat. Sie verlieren sofort alles, wenn sie im schlechten Augenblick verkauft haben müssen. Auf Schulden von 500 Millionen US-Solo. Und dann, was ist passiert? Über Nacht? Alles wurde liquidiert und das war ein Totalverlust. Innerhalb von 24 Stunden hat der Kunde mehrere hundert Millionen Dollar ins Amt gesetzt. Also merken Sie sich, der Lombardkredit ist ein Hebelinstrument, das von den Banken meines Erachtens zu viel promotet wird. Es wird zu viel verkauft, zu viel als Missbrauch, nämlich als Instrument, die Assets an den Managements zu erhöhen, den Bonus zu erhöhen. Das ist alles gut und recht. Sie verdienen damit natürlich mehr Geld, wenn es den Börsen gut geht. Wenn es aber schlecht geht, dann hat die Bank nämlich das Recht, das Pfand automatisch zu versilbern. Und das wird sie machen, egal welcher Preis. Wenn nämlich die Börse runtergeht, dann gibt es vielfach gar keinen Preis oder es gibt den Preis ganz unten. Den falschen Preis. Den falschen Preis. Und so können sie Millionen, in wenigen Stunden sind dann Millionen vernichtet. Wir raten wirklich den Kunden auf Vorsicht. Gerade bei der Selektion des richtigen Vermögensverwalters, externen Vermögensverwalters oder auch mit der Selektion der richtigen Bank. Sehr, sehr wichtig. Muss man hier wirklich erwähnen. Okay. Was ist ein typischer Lombardkredit-Zinssatz bei den Schweizer Banken? Was verlangen, was gestaltet den Preis? Was ist ein typisches Pricing für einen Lombardkredit? Wir haben ja gesagt, das Preis in der Zinssatz ist sehr attraktiv. Sehr, sehr attraktiv. Unter ein Prozent, oder? Häufig unter einem Prozent. Häufig unter einem Prozent. Aber wie tief kann er gehen? Wir haben schon gesehen, 40 Basispunkte. Also 40 Basispunkte sind 0,4 Prozent bis zu einem Prozent, was sehr aktuative Zinssätze sind auf dem Niveau von Hypotheken in der Schweiz. Und da ist sicher eine günstige Art, sich zu refinanzieren mit einem gewissen Risiko, weil es wirklich darauf ankommt, für was brauche ich diese Lombardkredit? Genau. Also wenn Sie jetzt wissen, dass Sie nebenbei noch andere Assets haben, wenn nämlich die Bank anruft und sagt, wir brauchen mehr Assets, und Sie in der Lage sind, diese Assets zu bringen, kann es durchaus Sinn machen, einen Lombardkredit aufzunehmen. Wenn Sie aber einen Lombardkredit aus reiner Spekulation aufnehmen, ist das ein sehr gefährliches Instrument, das Ihren Kopf und Kragen kosten kann. Und zwar im Null haben Sie alles verloren. Also ich selber in meinem Anhaltsbüro, ich hatte schon hunderte von Anrufen von Kunden, die haben in kürzester Zeit ihr gesamtes Vermögen verloren, weil die Bank exekutiert, die Bank verkauft sofort alles zu jedem Preis und stellt die Position glatt. Und vor Gericht haben Sie keine Chance. Sie haben keine Chance vor Gericht. Weil, und das ist das Schlimme daran, die Kunden haben heutzutage Konteröffnungsformulare, die zum Teil bis 100 Seiten Umfang haben. Der Kunde unterschreibt jede Seite, jeden Vertrag und dort, viele Kunden sind sich gar nicht bewusst, dass sie Pfandverträge unterschreiben und sich quasi bereits bei der Konteröffnung, quasi die Guillotine bereits vorbereitet zu haben, oder? Es gibt eigentlich heute kein Schweizer Bankkonto Neues, ohne dass der Kunde nicht das sogenannte Pledge Agreement unterschrieben hat, weil dieses Pledge Agreement integraler Teil jeder Konteröffnung ist. Ja, und vermutlich der wichtigste, einer der wichtigsten, für die Bank, vor allem der wichtigste. Das ist ja eines der wichtigsten Formulare der Bank, weil mit dem Pledge Agreement kann ich meine Fees eintreiben. Kann die Bank ihre Fees eintreiben, ja. Bei Problemen mit dem Kunden bereits, konnte ich es blockieren, oder? Darum nehmen immer mehr Leute unsere Dienste in Anspruch. Sie gehen zu Dario oder zu mir Kunden und sagen, bitte hilf mir bei der Konteröffnung, weil ich komme nicht mehr daraus. Die Dokumente sind so kompliziert, es hat so viele Steuerdokumente, aber es hat eben auch nach wie vor auch wichtige Dokumente, eben wie diese Pledge Agreement. Und da muss man genau wissen, was man unterschreibt, man muss wissen, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Mache ich da nur mehr Geld für den Banker, oder wieso, man muss den Banker auch verstehen, wieso hat er so ein grosses Interesse, dass ich hier aufstopke. Das ist die Gefahr, eben die Interessenkonflikte. Also wenn Sie eine Beratung brauchen, eine neutrale Beratung, dann müssen Sie uns anrufen, weil wir sind nicht von der Bank bezahlt. Wir sind unabhängig und von uns werden Sie einen neutralen Ratschlag haben, der wirklich nur in Ihrem Interesse liegt. Und nicht im Interesse der Bank oder im Interesse des Private Bankers oder sonst wer, sondern nur alleine in Ihrem Interesse. Wenn Sie weitere Fragen haben zum Lombarkkredit oder Lombarkkredite aufnehmen wollen oder wollen, dass wir die Verträge anschauen oder was auch immer, greifen Sie zum Telefon, hier oben links ist die Nummer, rufen Sie uns an und wir sind, wir freuen uns darüber, wenn Sie anrufen und wir Sie hier beraten dürfen. Die ersten 15 Minuten, unsere Beratung sind gratis, nach den 15 Minuten natürlich Kostensätze für überall. Dario, es hat mich sehr gefreut, dass du heute bei uns warst in der Show. Dario, es hat mich sehr gefreut, dass du heute bei uns warst, dass du heute bei uns warst,